Shift Tuning Ganz kurz noch mal zum T1. T1 wurde ja gerade gemessen, 233 PS und 485 Newtonmeter. Ich denke, das reicht. Das ist ein 4x4. Der kann jetzt gleich ins Schneegestöber und dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für meinen Kunden. Der hat wirklich wieder eine weitere Reise auf mich genommen und vielen Dank noch mal dafür und weitere Fahrzeuge folgen. Es werden demnächst auch noch mal ein paar speziellere Sachen folgen. Hier noch mal der Tiguan auf dem Dino. Also, ciao, ciao.